Hallo und willkommen zurück zu A2P Protocol oder Fallen, wie man sie jetzt mal nennen will. Ja, wir haben jetzt eigentlich genug Scrap, um sonst was zu machen, aber... Wobei, Barter, klingt ja jetzt auch nicht verkehrt. Bessere Preise, um dann Sachen zu kaufen. Alles andere ist ja eigentlich ziemlicher Unsinn. Wobei, ob wir das... Naja, 5% bessere Preise, mal teure Sachen einkaufen, dann sollte sich das schon rentieren. Also werden wir einfach mal das Geld da reinstecken. Ob sich das da jetzt lohnt, keine Ahnung. Ähm, wir könnten noch... Sniper-Ammo... Naja, den Rest brauchen wir nicht. Das ist total sinnlos mit den Rumors, weil... Also die... Wenn man die einmal macht, okay, aber die... Diesen Skill dafür so hoch auszubauen, das kriegt man niemals wieder rein. Ja, Mission... Ja, Mission... Signal Source, find out more about the strongest Signal Source. 2.000 Scrap. Na gut. Signal ist großartig. Annen sich vor 집에 Serious. Bingo! Hallo Monolith. Shall wir machen das? Nah schon, überhaupt keine Ahnung. Und töte alles, was sich auf dem Weg befindet. Wichtig ist halt nur, dass man so zieht, dass man alle gleichzeitig verwenden können. So, dass man quasi immer mit der Übermacht ankommt. So, dass man so zieht, dass man so zieht. Jetzt, du musst hier kommen. Hier haben wir natürlich jetzt gar keine Deckung. Wir hatten ein Gewehr. Das sind Mehlis. Die könnten natürlich eine Granate werfen. Das ist ein Gewehr. So, Ich habe es einfach durchgelaufen. Ich habe es einfach durchgelaufen. Ich habe es einfach durchgelaufen. Ich glaube, getötet bekomme ich den in diese Runde eh nicht. Deshalb gucken wir mal lieber, dass wir den hier tot bekommen. Ich habe es einfach durchgelaufen. Mal gucken, was der so kann. Ich habe es einfach durchgelaufen. Was soll man hier auf dem Boden liegen? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das hätte ich besser noch nicht machen sollen. Eventuell muss ich den nochmal bewegen. Aber es sieht gut aus. Ich habe es einfach durchgelaufen. Now you need to come over here. Now you need to come over here. So viel dazu. So viel dazu. Ich habe es einfach durchgelaufen. Tü 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 Das ist ein Sniper Aua Lass mal kommen Ich werde mich hier allerdings noch etwas eleganter hinstellen Weil die sich ja sowieso anscheinend nicht gegenseitig anschießen beim Interruption Müssen wir halt jetzt ein paar Runden warten Hier, waiting für dich Hier, waiting für dich Hier, waiting für dich Hier, waiting für dich Der will nicht Da ist er doch Komm nur her Hm ok Das ist kein Problem Gehen wir halt eine Ecke weiter Daran soll es nicht liegen Komm, geh mal Right here waiting for you Right here waiting for you Now you need to come over here Right here waiting for you Das Problem ist einfach, dass man zu viele Leute hat und damit die KI zu einfach exploiten kann Okay, man kann anscheinend Wände sprengen Der hat sich Jedenfalls selber in die Luft gejagt Äh Sollen wir den heilen Ja komm Gut, dann können wir aber jetzt weiter Sollen wir da Sollen wir da Sollen wir da Ich schaue mir mal gerade was auf. So. Mmmm. Did you hear that? I wasn't expecting you. I haven't for you. Ja, den kann der sich einsammeln. Das können wir mal nachladen. So, und dann nächste Runde wieder voll machen. Da oben. Okay. Okay. Vielen Dank. Ja, ja. Noch niemand in Sicht. Da hinten. Das ist ein Flammenwerfer. Das heißt, der muss auch wieder nah ran. Das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Und da oben. Wir könnten das Haus stürmen, aber... Naja, doch. Machen wir mal. Da drin ist erstmal jedenfalls nichts. Könnte da hinten sehr messy werden. Der hat keine Ammo mehr. Reload the weapon. Do it. Das ist eine Schrotflinte. Ja, hallo. Das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Der hat noch einen Schuss. Oder der schlägt. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Das macht ja... Dann. Da ist das nicht mehr. Ich brauche zu viele Punkte zum Nachladen. Sieht soweit sauber aus. Das ist... Der hätte jetzt da versehentlich auch wen entdecken können. Deshalb warten wir da mal gerade ab und dann tasten wir uns da langsam vorwärts. Da hinten um die Ecke. Na, Gott, verklickt. Okay. Den machen wir jetzt in einem Interrupt. Das ist hier! Auf dich warten! Sie wissen nicht jemand, dich zu schützen. Komm mal einigen! Um... Hmmmm... Mehr als zwei Granaten wird er schon nicht haben. Das wird ein Marken verlassen. Damit ist der hier alle. Der hat ne Nahkampfwaffe. Okay, die laufen dann dem vorbei. In der Gruppe. Reload needed. Na dann, wenn wir mal anfangen zu hacken. Wer kann von da schießen? Das ist ein Flammenwerfer. Und jetzt? Das ist ein Flammenwerfer. Der ist dann auf jeden Fall als nächstes dran. So, der wird natürlich bluten, wie die Hulle. Dann machen wir den halt wieder ganz. So, zwei. Damit kann der... Ne, der kann den einmal stunnen. Oder auch nicht. Gut. Und dann einfach angreifen. Ach, den habe ich ganz übersehen. Okay. Bullseye. Okay. 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 Ich bin jetzt nicht so weit. Okay. Ich bin jetzt auf einmal. Okay. Okay. Hmm. Okay. 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 Ach, die war ja leer Wobei, vielleicht haben wir ja hier irgendwo Also langsam geht mir die Munition aus Rechts unten, ach, da ist auch noch so ein Data-Dingen Ich glaube, wozu ich hier echt keinen Bock hätte, wäre hier Einzelteile neu zu spielen Also, wenn man hier mit dem Kampf Probleme hat Und die Missionen halt nicht auf Anhieb schafft Dann kann das, denke ich, sehr schnell sehr frustrierend werden Oh shit, it's still unstable We know there's a lot of energy contained in each bacteria cell But we cannot consistently reproduce a reaction to harness it But we will start research on human cells now But Und da drin Oder da drauf Oder dahinter Und da drauf Und da drauf Ach, scheiße, der macht damit die Tür auf Ach, man kann da drauf, ist ja gut Klettern wir mal da drauf Zwei, die da drin sind Okay Okay Der würde den anderen auf jeden Fall den Weg verstopfen Unvermeidbar Unvermeidbar Zauber Zauber We gonna die I will enjoy killing you Ich will enjoy killing you Ich will enjoy killing you Der hat gesessen. Und dann haben wir hier auch schon den Todesstoß. Der hat keine Ammo mehr. Der ist aber auch nicht der Hellste. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, jetzt einmal schlagen geht er eh nicht. Was hatte der für eine Waffe? Kann aber auch nicht mit schießen. Das hört sich so schlecht an. Okay. Und da haben wir jetzt unseren Monolith. Okay. Das sind gar keine Gegner mehr. Jetzt habe ich den Rundenwechsel nicht bemerkt. So. Aha. Vielen Dank. So. 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 naja ein schuss wir sollten uns da schon jetzt was einkaufen gehen glaube ich sniper zwei sterne so der ist jetzt auch noch am sparen der hat genug kann sich jetzt hier diese kritsche auszuholen mal speichern und einen schnitt machen und schauen dann beim nächsten mal weiter bis dann